Die Umfrage bei DORMA CARBA hat eines gezeigt, dass wir eine freiwillige Betriebsvereinbarung brauchen, um den Personenkreis der IG Metallmitglieder zu erweitern und für sie auch die Möglichkeit zu bringen, in den Genuss des Tarifvertrages zu kommen. Wir haben in diesem Jahr einen wirklich tollen Tarifabschluss in der Metall-Elektro-Industrie hinbekommen, nicht nur weil er endgeltmäßig wirklich gut war, sondern wir haben auch Regelungen zum Thema Arbeitszeit hinbekommen, was wirklich ein großer Schritt für uns als IG Metall auch war. Das ist eine gesellschaftliche Notwendigkeit und wir haben mit diesem hervorragenden Tarifabschluss es geschafft, wirklich die Bedürfnisse unserer Kolleginnen und Kollegen zu erreichen und ihnen auch die Möglichkeit geben, Erholung in freien Tagen zu kriegen und das müssen wir weiter schaffen. Das sehen wir auch bei den Ergebnissen der Befragung bei DORMA CARBA, dass unheimlich viele Kolleginnen und Kollegen diesen Tarifvertrag anwenden wollen und unser Job ist natürlich jetzt gemeinsam mit den betrieblichen Kolleginnen und Kollegen die Umsetzung voranzutreiben und vor allen Dingen möglich zu machen, dass die IG Metallmitglieder, die von diesem Tarifvertrag profitieren wollen, es auch können. Wir haben in der Vergangenheit schon viel für die Belegschaft erreicht, aber diesmal brauchen wir euch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nur gemeinsam sind wir stark und das gilt ganz besonders bei diesem Tarifabschluss. Deshalb brauchen wir dich. Das war ein sehr. Aber�덕 Bis zum nächsten Mal.